Okay, die beiden sind unterwegs. Eisen ist nicht so das Problem. Na gut, ich habe hier drüben jede Menge Schwefel. Was wirklich mein Hauptproblem gerade ist, ist die Wegfindung. Ich habe aber auch eine Idee. Einen Tunnel. Ah cool, wir haben ein Dings da oben. So, kein Stein, nur Schwefel und Eisen. So. Ihr habt beide euren Bauauftrag abgeschlossen. Also könnt ihr erstmal tunneln gehen. Ich möchte euch auswählen, ich den Auftrag. So. Und du läufst auch wieder mit Eisenbach in der Gegend rum. Oh Gott, ey. Ach, du bist der eine einsame hier. Oh, hey. Ey, aber wenigstens direkt auf unserer Armee. Oh, es sind zwei große und jede Menge kleine. Da brauche ich mehr Männer. Oh, hey. Oh. Oh. Oh, da hat der Gegner den Dinger wieder eingenommen. Also ich will ja echt nichts sagen, aber unter den Bedingungen, gerade unter denen wir spielen, ist Conquest scheiße. Sobald bei der Verstärkung. Ich wollte... Oh, scheiße. Hier stehe ich schlecht. Oh, er ist so fest. Wie kriege ich dich jetzt da raus? Wow, also das ist jetzt langsam richtig viel Schwefel auf einmal. Ihr räumt mal hier auf. Hier liegt hier überall Schwefel rum. Kann ich dich dazu bringen, den Baumann zu greifen? Ah, ich kann dich von der Kante springen lassen. Das ist praktisch. Und weil wir es jetzt nötig haben, noch mehr Eisen. Müssen wir warten, bis er hier respawned ist. Und den kann ich löschen. Oh ja, die sollte ich erstmal noch nicht abziehen. Wie gesagt, ich muss eigentlich gucken, den großen mal wegzukriegen. Ich bin jetzt in der Kante. Ich bin in der Kante. Ich bin in der Kante. Ich kann auch so machen, die zum Aufräumen bringen. So, etwas mehr Schwefel und Bauauftrag, bitte. Wir brauchen nämlich dringend mehr Wummens. Ja, ich muss halt wirklich meine gesamte Burg mit Wummen verpacken. Oh, da kommt wieder ein großer. Oh, voll Breitseite. Au. Stirb. So, dann recapturen, also rauscapturen. Der Bauauftrag kann abgebrochen werden. Wie viel brauchen wir für ein Eisenbarren? Ah. Na gut, neue Eisenbarren. Neue Rüstungen. Neue Rüstungen. Neue Rüstungen. Neue Kon wordt gepackt. Neue Rüstungen. Pohnen Schmerz. Neue Rüstungen. So, bauen wir da mal noch die drei Bärenfallen, die ich hab auf, weil da nützen sie uns sonst nix. Ach, von da wird auch immer wieder mein Schwefel abgeholt, das ist auch gut. Hier sieht mein... Oh, Steinbruch. Kann wieder ein bisschen nach unten gemacht werden. Sonst haben nämlich meine beiden Steinbrucharbeiter nix zu tun. Ja, und irgendwann, wenn der zu tief ist, müssen wir Splip Mining betreiben, also Tunnels hinsetzen. Und ja, wir hätten wahrscheinlich... Das Ganze näher an unserer Basisbauen sein. Vielleicht hier vorne oder so. So, wie wir ja jetzt hier alles aushöhlen, langsam. Bis das ganze Ding über uns halt zusammenbricht. Das war vielleicht etwas übertrieben. So, machen wir es erst mal so. Und so. Mit unserer neuen Mine. Als zwar Tunnel, aber ich missbrauche das Ganze als Mine. Weil wir brauchen Ressourcen. So will ich eigentlich auch... Bricktones bräuchte, die nicht einfach mit dem Zeug spazieren gehen. So, so eine Ausrüstung bräuchte ich noch. Für so eine Ausrüst brauche ich... ...zwei Zahnräder und Stoff. Habe ich mal wieder keinen. Also vier Zahnräder noch in Auftrag geben. Und ja, eigentlich müsste ich hier auch den, die anderen Dinger wegnehmen, nach und nach, damit ich Luft habe. Die müssen hier eigentlich wirklich alle wegnehmen, bis auf die beiden Großen. Weil die Großen brauche ich eine große Armee zum angreifen. nicht. ... Der Bauauftrag dürfte jetzt auch abgeschlossen sein, also können wir den auch mal deleten. Dass die beiden für andere Arbeiten wieder eingesetzt werden. Und wieder ein Angriff hier oben. Oh, da drüben kommen auch welche, da kommen noch mehr. Oh. Oh. und sie greifen mich da unten an das ist nicht schön weil da noch mehr kommt ok, sie nehmen mir den Punkt weg oh nein, 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 den da kriegt ihr nicht scheiß auf die da oben erstmal doch, sie kriegen ihn, weil die Dinger einfach nichts aushalten und sie nehmen den Punkt ein und den Punkt kriege ich, verliere ich gerade den Punkt da oben nehmen sie auch wieder ein oh, haben sie aufgehört, den zu campen das ist gut da haben sie ein Lager von mir zerteppert jetzt muss ich den da wieder zurückerobern das ist gut, das ist gut, das ist gut das ist gut, das ist gut, das ist gut das ist gut, das ist gut, das ist gut das ist gut, das ist gut, das ist gut